Bei der Wahl zur besten Lokalisierung gab es die üblichen Kandidaten. Es gab Spiele aus dem Hause Ubisoft, wie zum Beispiel Assassin's Creed Origins, aus dem Hause Bethesda, wie zum Beispiel Prey und aus dem Hause Sony, wie zum Beispiel Uncharted Lost Legacy. Und genau das war auch unter dem Strich der Gewinner. Denn nicht nur, dass die Sprecher allesamt von Anfang bis Ende gut ausgewählt waren und hinter dem Mikro einen richtig guten Job gemacht haben. Für mich war da vor allem das wesentliche Merkmal, dass ich normalerweise irgendwann spätestens nach zwei bis drei Stunden von der Deutschen auf die englische Originalversion umschalte. Und bei Uncharted Lost Legacy hatte ich zu keinem Zeitpunkt überhaupt das Bedürfnis umschalten zu wollen, weil die Sprachausgabe und die Lokalisierung einfach von Anfang bis Ende hochklassig ist. Sollte das passieren? Keine Ahnung.